Wir sind Vilo.de und Bin Freak von Real Animation. Und wir werden bald mit einer neuen Serie beginnen. Und das wird schon in den nächsten Tagen kommen, nämlich Gangsty. Und es ist ein Verbrecher, der wird immer von der Polizei geschnappt, weil er sich einfach zu dumm anstellt. Und wir bauen dann halt immer Werbeparodien in diese kleinen Filme ein. Und ihr müsst dann herausfinden, welche Werbung wir gemeint haben. Schreibt es einfach in die Kommentare bei der nächsten Gangsty-Folge steht es in der Videobeschreibung drin. Also entweder ist es verlinkt oder es wird der Werbespot genannt. Ich meine wieder zum Beispiel. Aber trotzdem werden auch noch andere Animationsfilme kommen, aber das wird jetzt erstmal nur eine Serie sein. Ja. Das war es doch schon. Ja, gut. Vielen Dank, dass ihr dieses Video gesehen habt. Ja. Gut, tschüss. Tschüss. Was, was, was. Es ist eine große Herausforderung.